Lass das Team, lass das Team. Das ist komplett an Loot, Bro. Trust. Und mir ist schlecht einer. Mir ist 20. Komme. Oben. Komm hoch, lass hoch, lass hoch. Chill, chill. Ihr müsst zusammenspielen. Chris, ich bin ein. Ich bin ganz oben auf dem Gebäude. Sind sie drin? Sind sie drin? Ah, hat sich denn? Oh, 16, 16, 16, 16. Drop runter, Chris, drop runter. Dead, 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 Loot. Geht zusammen, geht zusammen, geht zusammen. Er ist da oben. Fauna Wall, Bro. Er geht weg, er geht weg. Er ist hier los. 100, 100, 100, 100. Wo ist der? Good job, Chris. Ich liebe diesen Flapkack. 170 einfach, 170. Ich hab 170 gegeben, instant, ne? Der hat den instantiert, Digga. Ich würde der Elkschie ficken. Komm her, komm her. Er ist hier nicht runter, er ist hier nicht runter, Bruder. Jetzt geh eine Box nach hinten. Hier, komm. Er ist hier drunter. Da, da, ich spreche. Da ist ein Solo nur. Da ist ein Solo nur. Das ist ein Solo nur. Pass auf, Mavy macht er auf. Zone-Pult-Full-Fahrer. Ihr müsst eigentlich rechts lang gehen. Komplett. An der Zone lang. Aber so lang, ne? Wenn ihr kürzt... AT-AT-AT-AT-Heavy, pass auf. Aber das ist eher links, wenn du jetzt links drückst. Okay, da lang. Lass ihn. Lass ihn. Äh... Wollen wir ihn zu... Wollen wir ihn still up-taken, maybe? Beim bootieren? Ja, lass ihn einfach. Lass ihn, lass ihn doch nicht. Okay, oder? Wir müssen gehen jetzt, Jungs. Wir müssen gehen. Wait, wait, wait. Wohin, not dead. Ich nehm die Hände. Wohin, aber jetzt müssen wir gehen. Ja, take that. Come, come, come. Quisi, bitte. Ja, alles gut, geh, 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 geh. Oder nicht white-line. Wie's Tom. Ich komme, ich komme, alles gut. Ist du hinter mir? Nee, ich bin aber... Ich bin so gut wie hinter dir. Komm hier runter. Ja, ja, geh. Zipline. Du musst wieder ein Stück hoch, dann, ne? Achtung, links von dir, links von dir, Bruder. Weiß. Du gehst nicht auf jemanden. Du musst notieren. Ich use Zipline. Ich bin Zipline hoch. Ja, geh hoch. Crank hoch einfach. Crank wieder hoch. Ich bin in-zone so gut wie. Hinter mir welche? Ich bin in-zone. Geh hoch, Bruder. Du musst nur zu mir kommen. Hab zwei Boxen gebaut. Bau lieber zu viel als zu wenig. Bitte bau einfach. Ihr seid zusammen, poppen, Slap. All good. On me ist ein Soda. Wo sind Slap poppen? Ja, mach. Pullt aber weg, oder? Nee, wird gar nicht weg. Aber über mir ist ein Soda. Und ich hab die Heavy. Sehen. Ich spiel in High-Ground. Maybe Robin ein bisschen Brick, Quisi. Ja, Moment. Ihr könnt den Berg runter Sliden. Das sollte eigentlich relativ okay sein. Dann seid ihr ziemlich weit vorne in ziemlich schneller Zeit. Jetzt schon? Ja, warte jetzt. Gleich, wenn's Blumen kommt. Warte, bis die über euch wechseln kurz. Jetzt geht's. Jetzt komm. Slide einfach runter. Einfach Full Slide. Weiter, weiter, weiter. Mach weiter. Mach weiter. Bau, boxen jetzt. Ihr könnt maybe sogar... Bau, 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 bau. Hinter euch, hinter euch. Bau, bitte. Hallo. Bro. Du musst früher bauen. Was meintest du mit geizig an Mads? Mann, genau das meintest du mit geizig an Mads? Ja, Mann, ich war viel zu geizig, Mann. Okay, sie bau, du auch. Full Crank. Bruder, was wollen die aber von mir? Es ist Slurp, bloß. Ich brauche wieder einen Slurp. Tab einfach rein kurz. Will ich nicht hin? Ah, schon. Ich brauche wieder einen Slurp. Es ist, es geht runter. Oh, aber du hast noch viele mit. Ich brauche jetzt einfach kurz. Spiel so in Zone. Was wollen denn aber alle von mir? Ich checke es immer noch nicht. Ja, das Ziel sind bei dem anderen in der Lobby. Syphon. Kannst dafür gehen sogar. Kannst dafür gehen, da sind zwei Loots. Gut. Geh dafür. Geh dafür. Kannst Zone tanken. Finger, wenn es Slurp. Pop'n Juice. Da ist Mad Mist auch. Kannst mit Zone tanken. Zuki, bitte. Spiel Zone, bitte. Ja, chill doch. Zwei Mad Mist. Sorry. Mach den Rücken. Chill sei nicht greedy. Muss Mad Mist weiter pappen. Wollt weiter fahr. Muss rein. Du hast zu viele Mads eigentlich. Musst du hochkranken, Bro. Top 4. Top 4. Top 4. Top 4. Geh, geh, geh. Alles Solos. Alles Solos. Alles Solos, Suki. Du kannst actually hochgehen, Bro. Geh, geh, geh. Du wirst mehr Mads haben als der. 100%. Du hast nur kein 50-50 taken. Schön. Bis oben. Du hast 3. Du hast 300 Mads noch. Geh nicht zu hoch. Top 3. Top 3. Geh runter. Geh bisschen herunter. Genau deswegen. Geh runter. Geh runter. Da ist Schluss. Aber du hast so viele Mads. Du hast so viele Mads. Du hast so viele Mads. Schäfer. Dein Mads. Ich hab keine Mads. Oh, schade. Schade, Bro. Ich hab keine Mads mehr. Digga, aber wie auch willst du noch zu mir Suki sagen, Digga. Ja, fuck der mich ab, Alter. Hey, Fount. Bei euch. Die haben auch Cage. Hier haben Cage. Hier haben Cage. Waltet die. Claim the edits um Cage rum. Mine in Wall. 150. 100. Die sind nicht gut. Full-50. Mein Name ist 150. Thrasher der einfach nur. Der ist komplett kacke, Bruder. Erst tag-headed. Schön. Finish und dann trefft euch. Er ist ja weiter. Ey, was hat er denn gemacht? Er ist rausgegangen. Meine hat gelieft. Ja, meine auch, dann. Wolltest du extra Cage noch auf Quick, Jungs. Stimmt, stimmt. Das haben die doch schon gehört, oder? Nee, haben sie nicht. Wo ist das? Hier. Hast du hinter dir zugemacht? Ich will jetzt keinen Nature-Tip. Hä, aber warum lief der? Ich hab den Kind niemals bekommen. Echt? Haben sie. Nee, haben sie nicht. Doch, haben die komplett. Die haben da gebaut, Bro. Die machen. Die haben uns komplett gesehen. Nein, ich glaub nicht, Bruder. Doch, doch. Die haben euch gesehen. Er weiß aber nicht, dass ich hier bin. Er sieht mich auch. Er kann trotzdem da hochcranken, maybe. Er will cranken einfach. Ja, mach. Crank, du, crank, du, crank. Er weiß nicht, dass ich hier bin. Mach Ablenker, mach Ablenker. Crank, du, crank, du, crank, du. Au, Walls, High Walls. Mir ist rechts, ich auf einen. Auf. Komm hoch. Er muss High Walls fahren. Ich bin oben. Ich bin auf High Walls. Gehen wir auch hoch. Geh auf High, Bro. Lass mich boxen jetzt. Ist doch ehrlich unnötig. Jetzt geh zusammen an die Walls ran. Spiel zusammen. Hier vor mir. Korn drin. Ist auch safe. Der ist ein drunter noch. Die sind da jetzt in einer Box. Die sind so gecounted. Bananen. Pass auf. Achtung, einer geht nach hinten raus. Trayden. Weiß ich. 40. 40. Crank einer. Beide Crank. Geh zusammen, Bruder. Geh zusammen. Ja, ist gut. Einer ist noch hier. Geh, ich dropp auch einen. Nein, nein, dropp nicht, dropp nicht. Die sind beide beieinander. Der ist noch einen drunter. Crack nochmal. Ice Crack nochmal. Wallspie, Wallspie 28. Ich krieg's weg. 200. 100. Der andere ist vor dem Spiel. Der andere ist vor dem Spiel. Der andere ist vor dem Spiel. Dead, dead, dead. Schön. Job, Quisi. Die Jungs. Die gehen, die gehen schon. Nein, chill, chill, chill. Bitte, bitte. Du wirst mich verarschen, Quisi. Der Quisi muss in seinen Curver reingelaufen. Full Hedge. Warte, warte. Das siehst du jetzt wissen, die haben wir nicht auf die Hese. Ja, krass. Ja, es geht voll rechts. Ihr müsst laufen. Dead, 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 dead. Set up. Aber pass auf, die sind jetzt halt oben schon am Berg. Die müssen ein bisschen auf die gucken. Die da vorne gucken auch auf uns. Scheiß, ob die Hese sind. Die einen sind padded. Komm, Whipline. Ey, Bro, die padden auf dich, die padden auf dich. Crack, Crack, dead, dead, dead. Geht für den Kill, geht für den Kill. Ich bin da, ich bin da. Der Spitzone. Wait, wait, wait. Ich bin bei dem Paid. Chill, chill, chill. Das ist dummer Up-Amp. Oh, nice, nicer Shot. Geht trotzdem weiter rein. Geh nochmal zum Body von Quisi. Geh zu mir, geh zu mir. Geh zu mir, geh zu mir. Ja, sechs Derbs und die sind da komplett Metz. Ich nehme dem so ein Ding und dann komm rein. Da ist noch Metal, glaube ich. Ne, doch nicht. Doch, da ist noch Metal. Und jetzt geht rein. Ich bin komplett viel bei mir, komplett viel. Bauleber, Bauleber. Quisi, du musst zurückschauen. Quisi, bitte. Ja, chill, alles gut. Ich bin, ich bin in. Ich nicht. Er ist tot. Ich muss raus, Bruder. Ja, kann ich nicht. Quisi, bitte, Digga. Ja, was denn? Nein, oh, gut. Jetzt, 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 jetzt. Hier war zu far ahead, Jungs. Oh, gut, du hast alles. Hier ist Reddin, ist free kill. Ja, ist schon. Ist es deiner? Pass auf! Chill, chill, chill. Brauchst es mich. Ich habe nur gebraucht, weil ich hofft mich. Der Umfeld wieder in deine Richtung. so viele placements raus und du musst jetzt einfach die ganze zeit bauen bro bau immer bitte es ist jetzt schon nur noch 19 spieler du kannst alles an placements mitnehmen macht uns viele stoff oder und schränkt noch was ich meine ich habe hier gerade eines abbauen ich bin mir sicher ja hier vor mir vor mir vor mir 80 weit 80 weit geht den clean schnell schnell mate und so schnell trink mini pass auf der andere kommt quise bist kurz allein du musst chillen die sind da die gehen hoch geht nicht hoch geht nicht hoch das ist dumm einer geht von der anderen Seite gehst du an der Seite ich versuche warte 2 Sekunden 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 3 2 1 3 4 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Hinter euch! Hinter euch! Hinter euch! Hinter euch! 100 Chill, ihr müsst weiter rein, Jungs Ihr müsst rechts ranken, eigentlich ein bisschen Zone tanken, maybe Geh über! Ich geh über den! Okay, chill, du hast nicht mehr viele Mets, Bruder! Bleib, 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 bleib Ihr seid hier high, seid ihr high! Schau hoch! Nein, nein, nein Ihr könnt andere high, maybe, ficken Spread die, spread die, spread die! Die sind edge! Die sind edge! Spread die! Jetzt sind die über euch! Das ist vielleicht Voll wieder voll voll, wir müssen rechts rank Komm mit! 100 Ja, du hast keine Mets mehr Ich muss warten auf Creasy eigentlich Das ist ein Solo, das ist ein Solo Warten kurz auf Creasy, Bruder Hab ein, hab ein Bitte brauche! Creasy, bitte komm zu mir! Ich bin ahead! Ich hab nur noch 150 Mets Ich hab nur noch 150 Mets Du musst zu ihnen kommen Creasy, bitte! Bro, ich bin in Zone, Bro, was soll ich machen? Chill einfach, sonst Ich bin selber zu Hause Ich hab den Bus Dein Code Zone Geht einfach zusammen, geh mit Creasy Geh hinter Creasy Creasy, du IJs kurz Ja, ich muss heiden, aber ich hab 20 AP Ja, all good Von hinten, ihr werdet gegrieved Chillt Ihr könnt Zone tanken, immer noch Komm mit Ihr müsst Layer changen, das ist schlecht Komm mit Rücken Du musst wieder rein Zone Ne? Du musst wieder in Richtung Briefen Du hast immer noch Cap Du hast so viele Mets Bro, Bau, Bau, bitte! Es kann immer wer hinter dir kommen Tap einfach Tap, 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 tap Und du kannst auch Slap Ja, all good Weiter, weiter, weiter Stark Okay, serious Du kannst jetzt runter gucken ein bisschen Guck runter ein bisschen Nein, das ist du Nice Schön Du musst da raus Hinter dir, hinter dir Hinter dir, hinter dir Mit Spraining, mit Spraining Kannst du auch ein Spies auch Spies auch Pop noch ein Slap Pop noch ein Slap Pop noch ein Slap Pop noch ein Slap Brauchst nen Weg da raus Bruder Ja da kannst du raus Ja, ne ist hinter den Rechner Maybe kannst du auf Vereinigung gucken Ja, maybe geh von hinten hoch Du kannst ja pumpen Geh rein, geh rein In den Sonnen In den Sonnen Bauer drauf Bauer drauf Nein Weiß Placing Spiel ist schon wieder auf Heiker Und ich glaub es sind Einer hat nen Heilpump gekriegt Kommer Bitte Einer ist hier rechts irgendwo Einer ist hier rechts irgendwo Einer ist hier rechts irgendwo Einer, ich kann einen jumpen 100 Hundert Hab einen, hab einen, hab einen Hab einen Hast einen mal in die Kovacs Session rein. Ach du Scheiße Digga. Aber er hat auch einen. Ja ja alles gut das weißt du aber ich mein hinter. Der ist unten im Haus drin oder so. Der geht hoch einer kommt da. Die gehen hoch. Bei ihm. Frank Home. 30. 1 HP bei dir. Schön. Der andere ist auch oben schon. Nein nein ist er nicht. Ist er nicht. Ist er nicht. Ist er nicht. Einer ist oben hier. Zwei. Das ist ein neues. 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 Geh runter Bro. Der andere ist geliebt. Komm hoch bitte. Ich komme. Ich komme. Die sind unter euch. Die sind kacke. Die sind kacke. Die sind kacke. Die sind one shot. Der andere ist auch da. Pass auf. Der ist unten schon. Holt den. Hunted den. Hunted den komplett. Der ist unten. Bei ihm. Bei ihm. Bei ihm. Oh. Schleifleimer. Kannst auch unendlich sprinten. Ja das ist. Ja der hat mich gesehen. Fuck. Geh jetzt in den Busch. Der eine ist im Busch. Im Busch Bro. Und der eine ist noch hinterm Haus drin. Pass auf. Er ist denn drin. Wir dürfen nicht so chillen. Bitte geh dann nicht einfach rein. Wo ist er denn? Der hat nix. Der hat nix. Der hat ne Flapjack in der Hand gehabt. Im Haus. Im Haus hat glaube ich nix. White 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 White. Chill 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 chill. Heal dich. Heal dich. Heal dich. Heal dich. Du bist one shot. 60 White. 60 White. Beide White. Beide White. Aber ich auch. Ja ja chill chill. Alles gut. Ich bin fein. Beide aber beieinander. Die heilen sich jetzt glaube ich. Der eine hielt sich medkit über mir. Der eine hielt sich medkit über mir. Der fickt die dann jetzt. Die direkt über mir. Er hat durchgelegt glaube ich. Replace das. Pass auf Meli. Macht er auf. Der andere kommt. Da hat einer. Ja nice. Wo ist aber der andere? Geht jetzt zusammen auf den anderen. Geht zusammen. Komplett zusammen. Der ist immer noch im Haus drin. Ja der ist bei ihm. Schön. Du bist der Beste auf einmal. Hab ein. Hab ein. Hab ein. Hab ein. Hab ein. Alle hier. Und Andy irgendwie. 100. Hab ein. 200. 200. Hab so. Moin. Das sind noch mehr. Oder? Ne. Das ist an dem wir bleiben in der Runde. Halleluja. 10. Ja die werden auch für Bot gehen. 100. 100. 100. 100. 100. Schön. 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 Aber ich brauch nicht. Ich hab halt noch ein Juice. Nimm ein Mini. Nimm ein Mini von ihm. Und dann splasht er gleich. Bevor er rotiert. Wo sollen wir rotieren? Ihr müsst durch Schleppi durch. Wir müssen auch über die Häuser rüber rampen. Ich würd schon mal angucken bro. Hinter uns. Ja da. Da. Mäbi. So auf der Mette. Müsst warten bis die weg rotiert sind. Und dann müsst ihr. Müsst auch. Mäbi. Wir wollen die Box halten für Serge. Splash uns einmal. Schau mal. Ihr müsst jetzt halt gleich los. Ne. Wollt ihr müsst warten bis die über euch los sind. Ja ihr müsst warten bis die über euch gehen. Und dann müsst ihr gehen. Ich meine nein. So ficken eigentlich. Wieso geht der rechts aber? Nein. Fick keinen. Wir müssen in so ein paar. Splash noch einmal und dann geht. Geht hinter den Herr. Okay. Einer ist noch hinter euch. Einer ist noch hinter euch. Muss aufpassen. Er ist nicht eingeboxet. Bruder. Goofy. Chill. Geh mal rein. Ich werde gezeigt. Er fightet mich. Oder was macht der denn? Gieß den an. Kommt ich nicht. Komm. Der wartet auf den Mette. Ich gehe über den. Du musst auch ein bisschen warten eigentlich. Ja ich warte. Ich habe mal. Ich fau nochmal zurück. Weil der hält QZ. Der andere. Der wurde crackt. Der hält QZ bro. Du musst gucken. QZ hält den Slap. Ja mach ich. Und jetzt müsst ihr weiter Jungs. Komm jetzt. Bitte QZ her. Bau ein bisschen hinter dir. Wir gehen nur rein und dann bau. Baut. Baut Jungs. Alles gut. Okay. Alles gut Jungs. Jetzt auch mal hoffen. Digger. Ja cool. Ihr müsst am besten links lang Jungs. Versucht jetzt schon mal euch ein bisschen Ash zu gehen. Geht schon mal hinter den Pilz da lang. Geht hinter den Pilz da lang. Ihr seht die Mitte. Da sind noch welche unter. Da geht schon mal ein bisschen lang. Unter uns sind noch welche unter. Ja ihr müsst trotzdem sonst wird das gleich gottlos scuffed. Wohin? Ihr müsst auf jeden Fall links lang. Hier lang. Ja. Ja mach doch. Mach. Mach. Warte. Ich habe auch kein Goldie mehr übrigens. Hier oder? Jetzt. Ja ihr müsst schon mal ein bisschen gehen. Ihr müsst schon ein bisschen gehen. Aber pass auf. Der ist ein Überallgegner. Jetzt kurz einmal anhalten hier noch. Ich habe sonst 30 Sekunden. Ich habe das Gefühl tot. Ja ich bin tot. Kannst du chillen? Das ist echt gut. Ich habe halt nichts dran. Ich habe nichts dran. Du bist tot. Du musst weiter links gehen sonst. Ach Digger. Also das ist so unlucky mit den Zonen. Ja ich habe einen Zonen. Ich habe einen Zonen. Ich habe einen Zonen. Das ist so bodenlos was ich mir hier anschauen muss. Wirklich. Das ist respektlos. Das ist dann das für den Zonen. Das ist so ein... Bruder. Das kann nicht sein. Das waren nur Fahrzones. Wir hatten Fahrzones only. Wir hatten keine gute Zonen.